eh temi maio oh jamm oh ja wie ein jamm 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 so lecker lecker LMN absoluter ich liebe eure kommentare als ich sehr tief in meinem herzen pinner an wie noi n�udelsalat da gab es nur eine band die hieß glaube ich so n�udelsalat ich hab dann immer zu denen sagt Kartoffelsalat die kommen glaube ich aus Köln haben wir mal live auf einer Betriebsfeier gehabt Nudelsalat, da habe ich immer gesagt, ah schön, heute ist Kartoffelsalat ich glaube ich nicht, ich glaube die haben mich nicht so lieb gehabt hinterher aber Nudelsalat Talas Ladoon Nudel Ladoon Ah ja aber wir sind doch schon bei N N sind wir doch schon gewesen jetzt gerade O wie Otto Otto, weil es heißt nicht Otto heißt O-Tah